Die modernste Klasse deutscher Schiffe. Die 521 Baden-Württemberg ist eine hochmoderne Serie von Fregatten der deutschen Marine, gekennzeichnet durch hochentwickelte Kampftechnologie und operationale Vielseitigkeit. Mit einer Länge von etwa 149 Metern und einer Verdrängung von 7200 Tonnen sind diese Fregatten kraftvoll und beständig unter allen maritimen Bedingungen. Ausgestattet mit leichten Waffensystemen. 8 Harpoon-Raketen, 2 RIM 116 Systemen mit jeweils 21 Raketen und elektronischen Gegenmaßnahmen sind sie im Seebekämpfung beeindruckend. Wie die Schiffe im Spiel, in meiner Beschreibung sind sie anpassungsfähig für eine Vielzahl von Missionen. Von der maritimen Patrouille bis hin zu humanitären Operationen.